Nächster Halt Erfurt Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie zum öffentlichen Personennahverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Next Stop. Erfurt Main Station. Change here for regional and long distance services. This train terminates there. All passengers are requested to leave the train. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Sehr geehrte Reisende, wir begrüßen Sie in den Zügen von DB Regio und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt Stotternheim. Mitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächster Halt Groß Rudestädt. Mitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Sömerda. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Leubingen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Griefstadt. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Heldrungen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächster Halt Artern. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Vogtstedt. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Oberröblingen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächster Halt Sangerhausen. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs in Richtung Halle, Lutherstadt Eisleben und Nordhausen sowie zum Regionalbus des Landesnetzes in Richtung Hedstedt. Nächster Halt Sangerhausen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächster Halt Kloster Mansfeld. Übergangsmöglichkeit zum Regionalbus des Landesnetzes in Richtung Lutherstadt Eisleben. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Hedstedt. Übergangsmöglichkeit zum Regionalbus des Landesnetzes in Richtung Lutherstadt Eisleben, Sangerhausen und Aschersleben. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Sanderleben. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs in Richtung Halle, Aschersleben und Halberstadt. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächster Halt Sanderleben. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs. Nächster Halt Sanderleben. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs sowie zur S-Bahn. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächste Station Stasfurt. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Sanderleben. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Regionalverkehrs sowie zur S-Bahn. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nächste Station Magdeburg Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zu Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie zur Straßenbahn und Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nächster Halt. Magdeburg Main Station. Change here for regional and long distance services. This train terminates there. All passengers are requested to leave the train. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Dauert. Herrbander. Vielen Dank.